Wir sind Munihei, München ist mehrsprachig. Eine unserer Kernaufgaben ist das Unterricht von Chinesisch als Fremdsprache. Wir bieten gruppenspezifische Sprachkurse auf allen Niveaustufen und für alle Altersgruppen an. Es ist uns auch ein wichtiges Anliegen, die chinesische Kultur mit allen Sinnen erfahrbar zu machen. Eine Vielfalt von Kulturworkshops und kulturellen Vereinstattungen lässt sich im Institut finden. Wir setzen uns leidenschaftlich für den interkulturellen Austausch zwischen Deutschland und China ein.